Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Beim Deutschland Grand Prix sind inzwischen sechs Runden gespielt. Ich hatte euch vom Beginn des Turniers berichtet die erste Partie von Vincent Keimer, die er gegen Dimitri Kollas verloren hat. Inzwischen wie gesagt sechs Runden gespielt. Das Turnier läuft noch bis zum 18. Juli. Und jetzt in diesem Video möchte ich euch die Partie von Vincent Keimer gegen Georg Meier zeigen aus der sechsten Runde. Gehen wir rein. D4, Springer F6, Vincent hat weiß, Georg Meier hat schwarz. C4, E6, Springer F3, D5, Springer C3, D schlägt C4. Und all diejenigen von euch, die mein Video gesehen haben zur Keimers Partie gegen Kollas, wissen, dass das die gleiche Eröffnung ist. Damgenbitt und hier die Wiener Variante, D schlägt C4. E4, Läufer B4, fesselt den Springer und droht hier zu nehmen. Und das Ding ist, Keimer wiederholt die gleiche Variante wie in der Partie gegen Kollas. Läufer schlägt C4, Springer schlägt D4, opfert hier einen Bauern. Kurze Ruchade. Kollas ging in der ersten Runde mit seinem Springer zurück nach F6. Natürlich war Meier vorbereitet darauf, hat er sich die Partie angeschaut und zog jetzt Springer schlägt C3. Das ist hier einer der Hauptzüge neben Springer F6. B schlägt C3 und jetzt geht der Läufer hier zurück nach D6 in dieser Partie. Ich hatte in dem Video, in dem ersten Video gesagt, dass Läufer schlägt C3 Selbstmord ist. Darauf kamen einige Kommentare, warum ist Läufer schlägt C3 Selbstmord? Jetzt in diesem Video zeige ich euch mal zwei Varianten. Grundsätzlich weiß ist besser entwickelt. Schwarze König steht noch in der Mitte und vor allem der Läufer auf C3 wird angegriffen. Erstmal kommt natürlich Turm B1. Wir müssen natürlich den Turm retten. Jetzt hat aber weiß, wie gesagt, einen riesen Entwicklungsvorsprung. Und ich zeige euch zwei Varianten. Erstmal Ruchade, was ja eigentlich wünschenswert wäre, den König in Sicherheit zu bringen, funktioniert hier überhaupt nicht. Wegen Dame D3, Läufer A5 und jetzt direkt der Angriff hier mit Springer G5. G6, Dame H3, H5. Anders kann man das nicht abwehren, das Matt. Und jetzt G4. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das selbst analysieren mit Leaches, auf Leaches, mit der Engine. Es ist komplett verloren hier. Computer zeigt hier schon einen riesen Vorteil an für Weiß. Natürlich haben die Spieler so etwas analysiert und wissen das. Für mich dauert das auch nur eine Minute. Das wird in den Computer eingegeben und der zeigt sofort die Varianten an. Eine weitere Variante nach Turm B1 ist hier C5. Das ist wahrscheinlich der beste Zug noch. Hier geht es weiter mit Turm B3, zum Beispiel Angriff auf den Läufer. Eine Variante lautet Läufer D4, Springer D4, CD4, Läufer A3. Und auch wenn hier Weiß drei Bauern gerade weniger. Moment, drei, vier, vier, sechs, sieben. Drei Bauern weniger. Aber der schwarze König steht so schlecht. Ja, er kann nicht hochieren. Und Weiß hat halt schon mega Entwicklungsvorsprung. Auf sowas lässt sich kein Profispieler ein. Er hat das geprüft mit der Engine. Natürlich haben die beiden das auch geprüft. Und Meier ist ja nicht verrückt und spielt dann etwas, was die Engine als verloren für schwarz angibt. Nein, das ist schon alles lange bekannt. Deswegen spielt hier auch alle Welt Läufer D6 oder Läufer E7. Läufer D6 hier von Meier. Es geht hier weiter mit Turm E1. Das ist auch nicht der häufigste Zug hier. Aber scheinbar hat sich Vincent diese Variante genau angeschaut. Springer G5 kam hier deutlich häufiger vor. Aber Turm E1 ist auch völlig okay. entwickelt den Turm auf die halboffene Linie. Es geht weiter mit Rochade. Springer E5. Und hier gibt es schon ganz wenig Partiematerial aus der Vergangenheit. Es gibt zum Beispiel eine Rapid-Partie. Nakamura gegen Yanduda, wo schwarz Springer D7 gespielt hat. Ich bin mir sicher, dass Meier das kennt oder kannte. Und hier Springer C6 spielte. Neuerung. Greift hier den Springer auf E5 an. Dame H5. Sehr logischer Zug. Stellt die Dame hier super offensiv auf. Direkt in der Nähe des Schwarzen Königs. Das ist sehr, sehr logisch. Springer E7 möchte hier den Springer umgruppieren auf ein schöneres Feld. Es geht hier weiter mit Turm E3. Sehr logischer Zug. Das kam auch in der Partie zwischen Kalmar und Kollers vor. Der Turm wird über die Drittreihe aktiviert. Soll am Angriff teilnehmen. Hier ist es schon sehr gefährlich für Schwarze. Er muss schon sehr genau spielen. Wenn er zum Beispiel Springer F5 macht mit Angriff auf den Turm, dann ist schon Feierabend. Turm H3. Droht matt. H6. Und jetzt wird erstmal der Verteidiger dieses Feldes hier. Dieses Bauern. Vertrieben. Und zwar mit G4. G4 greift den Springer an. Der muss weg. Nach E7. G6 wird mit Springer schlicht G6 beantwortet. Geht nicht. Also Springer E7 und dann Läufer schlicht G6. Das ist ein No-Brainer. Da wird reingeklatscht. G6. Dame H4. Und das ist bald matt hier. Läufer G5. Dame H7. Dame H8. Feierabend. Ein Spieler wie Meier rechnet das natürlich am Brett. Auch wenn er es nicht kennt. Dafür ist er zu stark. Er spielt G6. Bester Zug. Auch der einzige Zug hier für Schwarz. Erstaunlicherweise. Das ist erstaunlich. Aber der einzige Zug letztendlich. So. Jetzt hatte Kalmar das Problem. Er muss mit der Dame weg. So H6 oder H4 ergibt wenig Sinn wegen Springer F5. Die Hauptzüge sind Dame F3. Dame E2. Stockfisch möchte nach E2 zurück. Er. Um die dritte Reihe für den Turm offen zu lassen. Kalmar entschied sich allerdings für Dame F3. Hat den Vorteil, dass er hier den B7 attackiert. So dass Läufer D7 nicht geht zum Beispiel. Wobei das eventuell sowieso nicht die Idee ist. Es geht hier weiter mit Turm B8. Idee B5. Den Läufer attackieren und Platz am Damenflügel schaffen. Das ist die gleiche Idee übrigens wie in der Partie gegen Kollas. Da war das genau gleich. Da versuchte Kollas auch sich so zu befreien am Damenflügel. Und jetzt fällt mir übrigens auch ein. Kollas und Meier haben schon häufiger miteinander gearbeitet. Ich weiß, Kollas war mal Sekundant von Meier bei einem Turnier, wo ich gearbeitet habe. Grenke Chess Classic irgendwann. Ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so. Vor drei Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht haben die auch diese Variante zusammen analysiert. Auf jeden Fall ähnliche Ideen. A4 kontrolliert erst mal das Feld B5. A6 erneuert die Idee B5. Turm E1. Der geht erst mal zurück hier, um Platz zu machen für den Läufer. B5. A B5 A B5. Hier sollte der Läufer wahrscheinlich zurück nach D3 oder E1, äh F1. Läufer B3 stattdessen. Läufer B7 aktiviert den Läufer oder entwickelt ihn mit Tempo. Mit Tempo bedeutet mit Angriff auf die Dame und die Dame muss jetzt ziehen. Das heißt, Schwarz gewinnt Zeit dadurch, weil Weiß auf diesen Angriff reagieren muss. Dame G4. Springer F5. So und spätestens hier wird klar, hier ist irgendwas schief gelaufen für Weiß. Schwarz hat jetzt plötzlich alle leicht Figuren super postiert. Ähm, hat einen Bauernmäher. Und Weiß muss jetzt hier nach Kompensation suchen, beziehungsweise nach irgendeiner Art von Angriff, um dieses Bauernopfer zu rechtfertigen. Es war jetzt nicht so, dass Weiß irgendwie einen großen Fehler begangen hat. Er hat halt ein paar ungenaue Züge gemacht. Also diese Dame F3 statt Dame E2 war wahrscheinlich ein bisschen ungenau. Ähm, danach den Läufer nach B3 zurück, den Turm nach E1 zurück. Das sind alles so Züge, wo die Engine sagt, so weiß ich nicht so genau. Besser vielleicht nicht. Besser ersetzen durch einen anderen Zug. Aber das sind alles Pointen, Nuancen. Da ist jetzt nicht irgendwie ein riesen Fehler bei. So oder so. Hier dachte Kaimer so knapp zehn Minuten nach und spielte Läufer G5. Und im Prinzip geht er damit all in. Läufer G5 greift die Dame an. Aber es ist klar, was jetzt kommt. F6 mit Bauerngabel. Auf jeden Fall mutig gespielt von Vincent. Zeigt, dass er keine Angst hat. Sagt, ich opfer jetzt eine Figur. Greif an. So, jetzt hier Läufer schlicht E6 Schach. König G7 wäre nicht so gut. Besser Springer schlicht G6. Das war die Idee von Kaimer. Er opfert hier eine Puppe. H schlicht G6. Läufer H6 greift den Turm an. Und jetzt muss Kaimer auf jeden Fall den besten Zug finden, um im Spiel zu bleiben. Man kann hier natürlich strugglen. Also Springer schlichter 6. Okay, das ist zu einfach. Das sehe ich sogar. Dame G6, König A8. Dame schlicht H6, König G8. Läufer E6 gewinnt auch mit Sicherheit. Aber ich vermute mal, es gewinnt ganz leicht Dame G6, König H8. Ja, und jetzt Turm E3 natürlich. Mit der Idee, Turm H3 und Matt auf H8, Turm E3. Sieht sehr logisch aus. Ja, Springer schlichter 6 kommt nicht in Frage. Das ist Quatsch. Aber König A7 hält den Laden zusammen. Greift den Läufer an. Ja, was soll Weiß machen? Läufer schlicht F8, Dame schlicht F8, Läufer schlicht E6. Letztendlich materiell, Weiß hat Turm und Bauer gegen zwei Leichtfiguren. Aber diese beiden Läufer sind halt unheimlich stark hier. Und jetzt kommt plötzlich der Gegenangriff von Schwarz. Dame H6, stark gesehen, greift den H2 an. Greift nicht nur da an, sondern droht auch so ein bisschen Dame G5 hier die weiße Dame zu attackieren und zu vertreiben. Und dann, ja, Damentausch wäre natürlich nicht im Sinne von Weiß, weil er hat mit Turm und Bauer gegen zwei Leichtfiguren wahrscheinlich nicht genug Spiel. Der beste Zug von Weiß, und den findet Keimer, ist Läufer schlicht F5. Lässt aber Dame schlicht H2 zu. Schach, natürlich da. König F1 und jetzt erstmal G schlicht F5. Nimmt hier den Läufer. Dame H1 wäre ein großer Fehler hier. König E2. Turm E8, Schach. Und hier gewinnt für Weiß der sehr, sehr schöne Zug. König D3. König D2 geht nicht so gut wegen Dame H6, Schach. König D3 aber gewinnt. Es droht hier allerlei. Und Schwarz bastet. Turm schlicht E1, Turm schlicht E1. Ne, ne, Dame schlicht G6 natürlich. König H8. Jetzt Turm E1. Die schwarze Dame wird abgelenkt. Sie muss H7 decken wegen des Mats. Aber es kommt gleich Turm E8, Schach oder Turm schlicht E1. Es ist Feierabend. Ne, Schwarz muss erstmal auf F5 nehmen. G schlicht F5. Und hier ist eine ganz spannende Situation. Dame schlicht F5, Schach. König G7. Dame G4, Schach. Und hier dachte Meier elf Minuten nach und gab sich mit Remi zufrieden. Und zwar nach König F7. Dame G6, Schach. König G7. Dame G4, Schach. König F7. Dame G4, Schach. Dame G6, Schach. König G7. Remi. Durch Zugwiederholung halt. Ne, durch Dauerschach. Zugwiederholung. Gehen wir zurück zur Stellung nach König hier. Nach dem Schach nach G4. Hier gibt es wirklich spannende Varianten. Vermutlich steht Schwarz auf Gewinn. Aber man muss hier sehr, sehr konkret und präzise und rechnen. König H8. Das Problem ist, er hat zu viele Möglichkeiten. König F8, König H8, König H7, König H6, König F7. Das sind fünf Möglichkeiten. Das ist natürlich wild. Sehr, sehr viel. Und für einen Spieler, Schachspieler immer sehr nervig, wenn er zu viele Möglichkeiten hat. Gut, König H8 verliert wegen Turm E3. Und der Idee Turm H3 Schach. Das gewinnt für Weiß. Dann König H6, Turm E3. Hier gibt es noch eine Ausrede für Schwarz. Nämlich Läufer C8. Auf Turm H3 Schach kann man nehmen. Der Läufer deckt indirekt die Dame und greift die weiße Dame an. Hier geht Dame G8 noch und dann wird es Remi. Im Übrigen nach König H8, Turm E3, Läufer C8 gewinnt Weiß mit Dame G6. Da ist ein kleiner Unterschied. Wenn der König auf H6 steht, geht Dame G6 nicht. Gehen wir zurück. Dame G4 Schach. Was gibt es noch? Ja, was gibt es noch? Es gibt noch König F8. Und da bin ich mir sicher, dass hier, das hat mit Meier mit Sicherheit gerechnet. Aber er muss irgendwas übersehen haben. Und ich vermute, es ist das folgende. Dame G6 greift den F6 an. Das sieht sehr gefährlich aus. Aber jetzt gibt es eine Zugfolge, die wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher. Dame H1 Schach, König E2. Und jetzt Dame H8 deckt den Bauern auf F6. Diesen Rückzug. Dame H8, den hat er vielleicht übersehen. Und hier scheint Schwarz auf Gewinn zu stehen. Weil die schwarze Dame halt den Bauern F6 überdeckt. Auch hier wieder, Turm E8 Schach bringt nichts. Also Turm E8 Schach wäre natürlich ein Riesenfehler. Hier allein schon wegen Dame schlägt E8. Und Turm schlägt H1. Aber Dame H8 scheint zu gewinnen. Zumindest zeigt Stockfisch 14 bei Tiefe, ich habe bis 38 laufen lassen. Weil ich war dann irgendwie, habe den Computer laufen lassen, war dann kurz unterwegs. Und zeigt dann halt großen Vorteil an für Schwarz. Ja, vielleicht verpasste Möglichkeit für Meier. Wird er sich vielleicht ärgern. Aber für Keimer natürlich auch ein gutes Ende dieser Partie, die am Anfang so ein bisschen, ja, er struggelt mit dieser Variante. Also es ist natürlich so, dass Weiß hat definitiv Kompensation in all diesen Varianten. Das war schon in der ersten Partie gegen Kollas zu erkennen. Aber es ist auch extrem schwierig durchzukommen. Vor allen Dingen gegen solche starken Großmeister wie Meier und Kollas halt. Die beide mit einer Elo-Zahl über 2,6 halt firmieren und sich nicht so leicht einfach überspielen lassen halt. Trotzdem, sehr, sehr interessante Partie zwischen diesen beiden Spitzengroßmeistern. Im Turnier läuft es inzwischen deutlich besser für Keimer. Er verlor die ersten beiden Partien. Und kämpfte sich dann aber schön zurück. Und zwar mit einem Sieg gegen Kasimdjanow. Allerdings, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, kampflos gewonnen. Weil Kasimdjanow wegen der fürchterlichen Wetterbedingungen, die in Dortmund herrschten, wie generell im Ruhrgebiet, vor zwei Tagen von der Geräuschkulisse so gestört war, da sein Kampflos aufgab. Außerdem trat Wasser irgendwo ein in die Westfalenhalle. Aber dann gewann Vincent Keimer noch eine Partie gegen Katakamski. Normal. Und jetzt noch zwei Remis. Insgesamt hat er jetzt drei Punkte aus sechs Partien. 50 Prozent. Nach den ersten beiden Niederlagen zu Beginn. Also ein gutes Turnier für Vincent. Bei Georg Meier läuft es sehr stabil. Sechs Remis aus sechs Partien. Möchte fast sagen, kennt man so von ihm. Ist ein sehr solider Spieler. Insgesamt Pavel Eljanov führt das Turnier an mit 400.6. Es sind noch drei Runden zu spielen. Ich werde mal schauen, was ich noch über dieses Turnier berichte. Denn wie gesagt, ich wiederhole mich immer wieder nach jedem Video im Moment. Viel los zur Zeit auf der Welt. Weltcup. Dortmund läuft sehr viel. Und mal gucken, was ich alles unterbringe auf diesem Kanal. Bleibt dran, Leute. Juli ist Schachmonat. Ich zähle auf euch. Macht's gut.